Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starstable Online. Ich stehe ja auf Malis Farm, denn ja, letzte Folge haben wir das Familienfest von Bane, Mane, Mali und Kani gemacht. Wir sind vorbereitet und ich sag mal abgehalten. Und da wurde ja was von der Springstrecke erwähnt von Mali, die ja auf seiner Koppel neu hat. Und ich hab ja die Quest noch gar nicht gemacht gehabt, deswegen dachte ich, ja, mach mal jetzt die Springstrecke mal hier auf der Koppel. So, fangen wir mal an. Hallo, ich bin Mali. Ich bin so froh, dass jemand vorbeikommt. Ich hab ein paar Probleme, aber vielleicht kannst du mir helfen? Ich habe also diese fantastische Koppel auf jbay.com bestellt. Ist die nicht super? Wie auch immer, es scheint so, als bräuchte man alle möglichen Papiere, Dokumente und Erlaubnisse, wenn man so etwas bauen will. Könntest du vielleicht nach Silverglade Village reiten, um jemanden beim Stadtrat, um all die Papiere, die ich brauche, zu bitten? Ohne die Erlaubnis traue ich mich nicht weiterzumachen. Alles klar. Gut, Mali hat uns jetzt gerade vorgestellt. Ich glaube, das ist die Quest, die man als erstes bei Mali macht, sonst würde es keinen Sinn machen, dass er sich vorstellt. Ja, machen wir so eine gewissen verkehrten Reihenfolge. Ist jetzt auch gar nicht so wild. Außer, dass wir wissen, am Ende gibt es eine Koppel. Also eine Springstrecke. Eine neue Koppel? Das ist leider nicht mein Aufgabenbereich. Du musst mit meinem Kollegen Herrn Bucket sprechen, aber der ist leider gerade nicht da. Oh. Was ist der denn? Hm, dann. Wenn du diese Dokumente jetzt brauchst, wäre es wohl das Beste, Herrn Bucket sofort zu sehen. Er ist seit ein paar Tagen weg, um Beweise dafür zu sammeln, dass die Arbeiter der Baustelle am North Wing illegale Methoden benutzen, um den Tunnel zu bauen. Reite zur Baustelle am North Wing, nördlich der Everwind-Felder und schaue nach, ob du Herrn Bucket finden kannst. Ich bin mir sicher, dass er auf der Spitze des Hügels steht, sodass er sehen kann, was vor sich geht. Folge der Straße in Richtung Norden aus dem Dorf heraus. Alles klar. Das ist da, wo wir ja schon fleißig die Seilbahn gebaut haben. Die habe ich ja wieder sogar schon stehen sehen. Also vor der Quest jetzt. So, kann man die Seilbahn schon sehen? Ja, da sehen wir jetzt die Seilbahn. Jetzt vernünftig. Ich bin mal gespannt, ob wir ihm jetzt auch erst noch helfen müssen oder ob er es jetzt einfach so unterschreibt, was natürlich am einfachsten wäre. Aber da es Stars Level ist, ist es bestimmt nicht so. Und gegen die möchte ich nicht nochmal rein. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, da bin ich ja so volle Kanne dagegen geritten, weil ich ja auf der Map gerade was geguckt hatte. Aber irgendwas hat auf jeden Fall, dass wir hier die Seilbahn auch gebaut haben. Also irgendwas von den, ich habe 50er-Folgen ist das. Versuch mal leise zu sein. Sorry, dass ich auf einem Pferd reite. Erlaubnis, um eine Koppel zu bauen? Ja, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich verdächtige die Arbeiter da unten, die Idee, um Geld zu benutzen. Einen sehr gefährlichen Industriekleber. Ich habe eine Idee. Wenn du beweisen kannst, dass ich recht habe, dann bekommst du Dokumente auf der Stelle. Los geht's. Suche zwischen den Containern unter den Hügeln. Ich glaube, dass sie dort die Pakete verstecken. Alles klar. Aber wir kennen da eigentlich schon Leute da unten. Wenn ich jetzt noch müsste, wie sie heißen. Also, wo weiß ich, Frau Peckhardt. Ah, ich habe den Namen vergessen. Wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall hier ja eine kleine Hochzeit. Aber keine Ahnung mehr, wo die Person heißt es jetzt, sehr peinlich, aber... Ah, ich habe nicht so viel mit denen zu tun. Ah, da stehen sie doch. Ah, Frau Mors war das. Genau, Frau Mors und der auch der. Herr Peckhardt ist auch eine Person aus Völkhof, die wir eigentlich noch gar nicht kennen. Das war auch mein Völkhof-Quest zu machen. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht großartig Quests gemacht. Ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr so richtig drinnen. Ich wusste es. Diese heimtückischen Läuse benutzen verbotene Substanzen, um den Tunnel schneller bauen zu können. Wenn es da eine unsichtige Stelle nach draußen gibt, kann es die Natur hier für hunderte Jahre zerstören. Den werde ich es schon zeigen. Das wird ihre Arbeiten erstmal um ein oder zwei Tage verzögern, bevor ihre Anwälte wieder irgendein Stubfloch im Vertrag gefunden haben. Okay, die Frage ist, wofür brauchen sie Kleber bei einem Bau von einem Tunnel? Also wenn ihr den habt, woraus damit? Oh, hier sind die Dokumente, die du brauchst. Ich habe sie geschrieben, während du weg warst. Gute Arbeit übrigens. Halte vorsichtig auf deinem Weg zurück zu Mali. Alles klar. Und vielen Dank, Herr Bucket. Übrigens, wie ihr seht, ich hier noch während des Winter-Events auch. Das endet für mich morgen. Für euch ist das halt über einer Woche schon weg, weil ich ein bisschen wieder ein Voraus aufnehme im Moment. Einfach damit, falls ich mich nochmal erkält oder so, nicht wieder lange keine Videos kommen. Aber ob jetzt die Wirbel da sind oder nicht, ist ja recht egal, würde ich jetzt mal sagen. Der Schnee ist sowieso noch länger da. Der bleibt ja noch nach dem Winter-Event im Monat, was ich sehr toll finde. Ich fand es ja auch toll, dass die letztes Jahr den Schnee wiedergebracht haben. Der wurde ja erst wieder entfernt nach dem Weihnacht-Event oder Winter-Event, wie man es jetzt auch nennen will. Und die haben mich dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen später wieder reingehört. Und ich fand es toll, weil ich finde es halt cool, so im Schnee zu reiten. Und Schnee gehört nicht zu Weihnachten, sondern halt zum gesamten Winter. Das hier finde ich, ja, fand ich es toll. Und wir sind immer noch toll. Na, das ging aber schnell, Astrid. Vielen Dank, aber leider habe ich noch mehr Probleme. Ich muss darüber nachdenken, aber kommt noch später zurück und dann können wir plaudern. Ist klar. Hallo, Astrid. Du wirst nicht fassen, was ich dir jetzt erzähle. Man braucht eine Erlaubnis, um Wettbewerbe zu organisieren. Kannst du mir damit helfen? Reite zum Weingarten und versuche, meinen Bruder Kani zu finden. Er ist lizenzierter Wettbewerbsgutachter. Er wird mir damit helfen können. Sag ihm, dass er sofort herkommen soll, um meine Koppel zu autorisieren. Alles klar. Hat mich auf der Aufmannzeit-Blocker-Bahnbuch. Ach ja, der wird die Webstafeln, die ich nicht sehe. Weil er meinte, wir können später wiederkommen. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach nur so geschrieben wurde. Da habe ich ja letzte Folge schon drüber gesprochen, dass gefühlt Zeitblocker entfernt wurden. Wenn das einfach grundsätzlich ein bisschen weniger sind. Aber ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt stimmt oder nicht. Hallo, Kani. Oh ja, ich bin lizenzierter Wettbewerbsgutachter. Mali will, dass ich bei ihm vorbeischau und seine Koppel zu autorisieren. So spricht man nicht mit seinem älteren Bruder. Ich komme, wenn ich Zeit habe. Jetzt gerade bin ich allerdings wahnsinnig beschäftigt. Okay. Okay, jetzt haben wir Mali wieder eine Quest. Also so wie das klingt, da ist ja nicht so wie es klingt, sondern da weiß ich, da war ein Zeitblocker. Ich habe mir ja auch selber Let's Plays angeguckt. Ich habe die dann selber gespielt. Und da kann ich mich erinnern, dass da eigentlich ein Zeitblocker war. Also zumindestens da. Kann ich ja sein, dass ich es auf falschen Kopf habe. Aber ich bin mir so sicher, dass da ein Zeitblocker war. Ich war nämlich gerade schon am Kopf am Überlegen, was wir jetzt gar nicht sonst noch für eine Quest machen. Aber wenn wir jetzt kein Zeitblock haben, umso besser. Können wir an einer Questreihe wenigstens vernünftig arbeiten. Oh, hallo Astrid. Danke, dass du meinen Bruder eingeladen hast. Er war vor einer Weile hier. Ich könnte noch etwas Hilfe brauchen, falls du Zeit hast. Die Barren, die ich benutzt habe, wurden nicht akzeptiert. Deswegen habe ich neue von James bestellt. Er hatte ein paar Ü-Bar, aber sie sind noch nicht angekommen. Kannst du zu James reiten und fragen, was passiert ist? Du weißt schon, James ist der Kleine vom Stall in Fort Pinter. Oh ja, ich weiß ganz genau, wen du meinst. Ich würde sagen, da reiten wir jetzt auch wieder hin. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt nicht, sich unbedingt abholen zu lassen. Oh, da ist, glaube ich, ein Schneesturm. Wenn ich das richtig sehe. Okay, da reiche ich dann nochmal nach der Folge einmal hin. Ich wüsste sonst nicht, was das ist. So, reiten wir auf der Feld ein. Einfach mal schreckt über die Koffel drüber. Und einmal quer über das... ...Barnies Feld. Jetzt wird der Name schon wieder entfallen. Oh, das passiert mir leider öfter. Das wird ständig den Namen entfallen. Beziehungsweise bei Bani, Kani und Mali... Ja, wie ihr am Intro ja schon gemerkt habt, ich habe sie jetzt wirklich verweckt. Beziehungsweise ich habe sie durcheinander gebracht, weil... ...ich hier Wale und Kani gemischt habe. Aber ich glaube, das ist ja auch Absicht, dass sie alle so ähnlich heißen. Ich finde sie auch irgendwie lustig, so. Deswegen... Ja. Letzte Folge ist ja auch... ...Familienfest von Kani, Mali, Kani und Mali, so rum. Boah, ich bin nicht zu viel davon rede. Zungenbrecher. Ne, aber... ...passiert einfach, wenn man am Sprechen ist. Und dann will man eigentlich einen Namen sagen. Und wenn sie alle da eh nicht heißen, dann... ...Wortgulasch. So. Sind wir jetzt auch in Fad Pinta? Dann einmal in die Blüte. Oh, es ist so ungewohnt, nach Fad Pinta zu reiten. Bin ich ehrlich, ich habe ja... ...den Heimatstall von mir, ich in Fad Pinta, auf meinem anderen Account. Und da reitet man sehr, sehr selten durch das Tor da hinten, ja. Da, fehlende Barren. Richtig, die Barren. Leider gab es einen Unfall mit dem Laster, der die Barren transportieren sollte. Er ist fast die Fad Pinta-Brücke heruntergefallen. Oh, das wundert mich bei der Brücke gar nicht. Der Laster hat es geschafft und niemand ist zu Schaden gekommen. Die Barren sind allerdings leider von der Brücke gefallen. Ich denke, sie sind irgendwo dort unten. Ich hatte noch keine Zeit, sie einzusammeln. Es sind gerade viele Touristen hier. Aber wenn du sie unbedingt brauchst, dann kannst du sie einsammeln gehen. Alles klar. Bestimmt die Wintertouristen, die hier alle wegen Weihnachten machen. Ne, keine Ahnung, das ist ja... ...jahreszeitenunabhängig liegt best. Aber in unserem Fall... ...würde ich sagen, passt das. Und dass man da runter kann, weiß ich mittlerweile. Weil man kann nicht die Brücke durchfallen, wenn man es... ...ja, nicht geschickt genug ansteckt. Ja, hier ist noch eine Kavallers hier. Hier. Und eine, die perfekt auf den Zaun liegt. Ich bin beeindruckt. So, dann bin ich hier wieder hoch. Hoch muss man ja leider immer halten. Runter kann man ja auch teilweise fallen. Um hier den Weg zu kommen. Oder bin ich jetzt einfach gerade falsch gehabt? Keine Ahnung. Im Schnee erkennt man die Wege teilweise schwierig. So, James. Gute Arbeit. Zum Glück sind ein paar von Ihnen heil geblieben. Ja. Finde ich auch gut. Jetzt sind wir fertig, Astrid. Weiter mit dem Barren zu Mali zurück. Er wird sehr glücklich sein. Hier hast du die Quittung. Fertig. Alles klar. Jetzt lassen wir uns aber kurz abholen. Es geht dann doch ein bisschen schneller. Wäre wahrscheinlich gerade auch schneller gewesen. Keine Ahnung. Irgendwie hinreite ich oft. Aber dann so, wenn ich wieder zurück muss, dass ich mich irgendwie ständig abholen und reite dann den kürzenden Weg. Naja. An sich ist, ist ja auch egal. Und ob wir jetzt die einen für länger reiten oder nicht. Ich meine, die Quests laufen uns hier nicht davon. Außer Eventfest. Aber ich habe ja dieses Jahr alle geschafft. Was mich ja auch sehr freut. Weil letztes Jahr konnte ich ja leider sie nicht beenden. Da ich während des Events kaum Zeit hatte aufzunehmen. Beziehungsweise ist ja, ich Justin und ich so sagen ja schlechten Zeitpunkt gefunden haben, wo wir gemeinsam aufnehmen konnten. Aber dieses Jahr haben wir alle Quests erledigt. Sind alle vernünftig im Special. Ich bin jetzt gerade das Championat gewesen. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Ich will den ganzen Teil überlegen, welches das nächste Event ist. Valentins Event. Weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Oder Osten gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Ich bin gespannt, welche jetzt nochmal kamen. Spitzenklasse Astrid. Diese Bahnen sind wirklich gut. Komisch. Ein paar Tatsache hier und da. James hat gesagt, dass sie brandneu wären. Naja, ist aber auch egal. So, was haben wir noch? Komm, haben wir noch eine Quest und dann ja, sollen wir sagen, ist noch Ende. mein Bruder. Mein Bruder hat alles gut inspiziert. Die Uhr, die ich zum Zeitmessen hatte, war nicht gut genug, deswegen habe ich eine neue bestellt. Kannst du zum Postamt den Silverglatt reiten, um sie abzuholen? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest. Ach, ist doch kein Problem, Marley. Und es ist für uns neues Rennen, wo wir Pferde explikten zum Level. Was ich aber gar nicht unbedingt brauche, weil ich gefühlt, die Pferde sowieso alle viel zu schnell level. Ich meine, wenn man, früher hat es ja gereicht, vier Tage, dann konnte man ein Pferd ausleveln. Ob es man mittlerweile sogar in drei schafft, weiß ich gar nicht. Ich level nicht mehr so viel wie früher, auch einfach, weil ich so wenig Pferde noch habe, die ich leveln kann. Hallo, mein Name ist Derek und ich bin neu hier auf der Jorvik-Insel. Wusstest du, dass ich als Fotograf gearbeitet habe und oh, du willst nicht mit mir sprechen, sondern nur ein Paket abholen? Eine Uhr? Hm, lass mich mal sehen. Ready, Questar? Na komm, dann ist aber wirklich Chance. Hier, hier ist es, eine brandneue Stoppuhr. Marley wird sich sehr darüber freuen. hatte ich erwähnt, dass mein Name Derek ist und ich hier neu bin. Wie heißt du? Ich bin Astrid und ich bin schon seit über einem Jahr hier auf Jorvik, wenn man es so sieht. Ich mag nicht, ob wir danach die Strecke machen können, weil da würde ich das eigentlich auch noch gerne machen. Weil dann können wir nächste Folge ja mal gucken, was wir vielleicht noch mal eine andere Questreihe machen. So, werden wir jetzt sehen. Haha, Astrid, fantastisch. Danke, ich muss die jetzt nur noch installieren und dann solltest du die Strecke unbedingt vorbereiten. Ich bin fast fertig. Das klingt ja fast so, als ob wir sie jetzt noch vorbereiten. Dann machen wir es. Wie findest du es, Astrid? Ziemlich toll, was ich da gebaut habe, oder? Probiere es aus und sage mir, was du denkst. alles klar. Dann auf, in die Reinstrecke. Wo sind die Finanzen anders? Ich halte so selten die Rennung. ich glaube, das sieht anders aus, weil früher sind die alle Hindernisse. Ja, ich sag mal so aus und erstmal schön das Hindernis gewissen. Ah, finde ich cool, dass die es unterschiedlich aussehen. Was ich viel besser finde, ist, dass die endlich die Hindernisse weggemacht haben, dass die hier immer auch bestehen, wenn man gerade das Rennen nicht macht. Also ohne Stangen, sondern nur diese Gebüschteile standen da immer. Weil er kommt auf der Kopf halt immer ja, sehr schlecht reiten. Wann, das war ich denn da? Ah, 44, 81. Wie geht? Nee, auf jeden Fall, so finde ich es cool, aber jetzt kann man auch hier auf der Kopf vernünftig rumreiten, ohne Angst zu haben, mit dem Himmelisheim zu reiten. So. Na also, ziemlich gut geritten, Astrid. Ich glaube, ich bin fast soweit, diese Strecke der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Alles klar. Oh, wir sind Level 14 geworden und wir haben noch eine SMS von Hermann erhalten. Und wir haben noch eine Quest bei Mali, aber was das ist, würde ich sagen, gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017